Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch zeigen, wenn ihr möglichst effektiv und möglichst günstig mehr FPS in Fortnite bekommen könnt. Und es werden nicht solche Tipps sein, womit ihr vielleicht mal 3 oder 4 FPS durch irgendwelche Einstellungen mehr bekommt. Wenn ihr dazu mal ein Video sehen wollt, könnt ihr gerne bei der Abschau mitmachen, wenn ich sie nicht vergesse. Oder schreibt einfach in die Kommentare. Aber heute soll es darum gehen, wie ihr wirklich deutlich mehr FPS erreicht und deutlich besseres Spielerlebnis bekommt. Dafür muss ihr natürlich ein bisschen Geld in die Hand legen. Allerdings werde ich euch hier mal zeigen, wie man das Geld dann möglichst effektiv investiert. Und wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solcher Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo oder lassen. Außerdem bewertet ihr euch kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir beginnen mal direkt mit den ersten Tipps. Und dafür müssen wir einmal in Creative Mode reingehen, denn dort werde ich euch das erste zeigen. Denn das Wichtigste bei der ganzen Sache ist, dass man erstmal herausfindet, was denn das Langsame am PC ist. Beziehungsweise wenn ihr auf Konsolen spielt, dann macht es für euch natürlich erstmal so keinen Sinn. Dann könnt ihr trotzdem später auf die paar Tipps und Tricks achten. Allerdings, wenn ihr bereits schon einen PC habt und damit eben halt jetzt nicht die besten FPS habt. Nicht so wie ich, 240 FPS stabil im Game. Dann gibt es ein Programm, das nennt sich MSI Afterburner. Und damit könnt ihr euch nämlich solche FPS oben links anzeigen lassen. Und dann könnt ihr da eben halt erkennen, was denn eure schwächste Sache im PC ist. Und um das Ganze zu installieren, müsst ihr einmal natürlich auf Google gehen und dann auf die Webseite vom MSI Afterburner beziehungsweise von MSI gehen. Und die ganze Webseite werde ich euch natürlich auch noch einmal in der Videobeschreibung verlinken. Und da müsst ihr dann hier einmal auf der Webseite natürlich einmal ganz, ganz nach unten scrollen. Und dann müsst ihr sich ja wirklich hier genau unten am unteren Ende das befinden. Hier könnt ihr einmal Download oder Beta-Download machen. Ist relativ egal. Sucht euch einfach das aus, was sicherer ist. Wenn ihr einfach den normalen Download nehmen wollt, dann nehmt den. Ich glaube, ich habe auch den normalen Download und nicht den Beta-Download. Das müsst ihr dann einmal einfach installieren. Und dann müsst ihr sich ein Programm öffnen. Das wird dann wahrscheinlich noch nicht ganz so aussehen wie das hier. Also so sieht der MSI Afterburner aus. Um das umzustellen, müsst ihr bei Benutzeroberfläche hingehen. Und dann habt ihr hier eben unterschiedliche Designs. Spielt letztendlich keine Rolle. Denn das Wichtigste ist eigentlich erstmal, dass ihr einmal auf den Tab Überwachung hier geht. Und dann seht ihr so ganz viele Häkchen. Und die wichtigsten Häkchen sind eigentlich GPU-Auslastung. Und dann noch die Prozessorauslastung. Also die CPU-Auslastung. Dort könnt ihr einmal von CPU 1 bis CPU, was auch immer. Je nachdem wie viele Kerne ihr habt. Alles ankreuzen und dann auch bei der normalen CPU-Auslastung ohne eine Nummer da hinten. Das auch einmal mit einem Häkchen machen. Und dann müsst ihr immer bei jedem nochmal Zeige-On-Screen-Einblendung anmachen. Denn damit habt ihr schon die wichtigsten Sachen. Natürlich könnt ihr auch so ein paar andere Sachen da noch anschalten. Wenn ihr euch damit genauer auskennt. Oder auch Temperaturen euch anzeigen lassen. Aber ist wie gesagt nicht das Allerwichtigste. Diese beiden Sachen sind die wichtigsten. Einmal GPU-Auslastung. Und dann eben halt nochmal CPU-Auslastung. Und eventuell könnt ihr auch noch eure RAM-Auslastung anzeigen lassen. Allerdings sind das eben halt so die zwei wichtigsten Sachen erstmal. Da müsst ihr einmal einfach auf OK klicken. Beziehungsweise vorher nochmal auf On-Screen-Einblendung klicken. Und dann müsst ihr hier einen Umschalter für OSD machen. Und damit könnt ihr das Ganze eben halt ein- und ausschalten. Ich habe zum Beispiel F12 als Taste. Ist relativ entspannt das Ganze dann zu nehmen. Also einfach auf irgendeine Taste klicken. Und dann auf Übernehmen. Und dann nochmal auf OK. Und dann habt ihr das Ganze wie gesagt dann einfach einmal zurück ins Game gehen. Und dort müsst ihr dann einmal nur die Taste drücken, die ihr vorausgewählt habt. Und dann bekommt ihr das Ganze eben halt. Und dann seht ihr dort oben an der Ecke. Also je nachdem wie viel ihr eingeschaltet habt, wird es sich natürlich verschieben. Aber dann seht ihr einmal neben eurer Grafikkarte, kann auch sein, dass da nur GPU steht oder so. Seht ihr eben halt so eine Prozentzahl. Und dann seht ihr noch hier bei CPU 1 und CPU 12 überall auch solche Auslasten, solche Prozentzahlen. Und da müsst ihr immer darauf achten. Und ich empfehle es euch auch nicht nur im Creative Mode zu machen, sondern auch in normalen Runden. Dann achtet mal darauf, ob die Grafikkarte immer eher so an den 100 Prozent dran ist oder ob die CPU komplett auf einen Kern auf 100 Prozent ist. Es kann zum Beispiel manchmal sein, dass ein einziger Kern dann einzeln auf 100 Prozent ist und dann euren ganzen PC ausbremt und dann eventuell die Grafikkarte nur auf 50 Prozent habt. Und das zeigt eben halt immer an, wie viel von der möglichen Leistung tatsächlich genutzt wird. Bei mir ist das zum Beispiel eigentlich relativ gut. Die Grafikkarte nimmt sich so etwas mehr als 90 Prozent. Könnte allerdings besser sein, könnte man auch ein bisschen ausgewogener machen. Und die CPU ist eben halt so bei 50 Prozent. Hat vielleicht etwas zu viel Leistung, also zu viele Kerne eben halt, worauf das verteilt wird. Allerdings sind die einzelnen Kerne eben halt nicht ganz stark genug dafür, dass die Grafikkarte das Ganze ausnutzen kann. Aber im Optimalfall wollt ihr eigentlich am besten hier so 99 Prozent haben bei der Grafikkarte und dann bei der CPU auch irgendetwas, ja irgendetwas so an die 50 Prozent. Und wie gesagt, Grafikkarte sollte auf jeden Fall ganz gut ausgelastet sein und die CPU sollte immer nicht komplett, ja, komplett wenig Prozent dort haben. Und wenn ihr das dann erkannt habt, dass zum Beispiel eure Grafikkarte immer nur auf 99 Prozent läuft und ihr dadurch, und ihr insgesamt relativ wenig FPS habt, dann wisst ihr zum Beispiel, dass ihr eure Grafikkarte upgraden müsst. Hingegen, wenn ihr dann zum Beispiel hier seht, dass die ganzen Prozessorkerne ganz ausgelastet sind, beziehungsweise die Grafikkarte nicht ganz ausgelastet ist, dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr eine CPU, also ein Prozessor-Upgrade ausführt. Ansonsten gibt es ja auch noch so etwas wie RAM, dazu kommen wir allerdings später. Und dann kann ich euch ja jetzt mal so ein paar Empfehlungen geben, worauf man denn upgraden sollte. Wie gesagt, ist alles tatsächlich alles andere als teuer. Und ja, ich gehe jetzt mal durch ein paar Sachen durch. Als erstes gibt es ja das, was zurzeit so gehypt ist bei den ganzen Konsolen. Und zwar sind das die SSDs. Sind jetzt ja natürlich nicht so teuer, 100 Euro für eine 1TB SSD. Und da denken jetzt viele, dass man irgendwie extrem viel FPS mehr dadurch bekommen würde. Und das ist ja auch das, was dann immer so alle auf den neuen Konsolen richtig hypen. Obwohl das letztendlich euch kein bisschen FPS mehr bringen wird. Vielleicht ein oder zwei FPS mal mehr. Aber insgesamt bringt euch das kein bisschen FPS mehr. Es sorgt nur dafür, dass euer System insgesamt schneller ist. Dass eure Spiele schneller laden gilt. Allerdings auch noch bei bestimmten Spielen. Bei Fortnite macht es, glaube ich, nicht mal wirklich großen Unterschied. Auf jeden Fall viel zu sehr gehypt. Die SSDs, die PC-Spieler kennen das alles schon seit Jahren. Und da ist es seit Jahren auch schon doll in Benutzung. Aber wie gesagt, bringt einem kaum FPS-Vorteil. Wollte ich schon noch kurz einmal ansprechen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal über die Upgrades, die man bei einem Prozessor durchführen sollte. Und da, wenn ihr beispielsweise einen relativ alten Prozessor von Intel oder auch von AMD habt und merkt, der ist zu langsam, dann könnt ihr euch eventuell überlegen, ob ihr ein 3300X nehmt. Wie gesagt, Links zu allen Sachen sind in der Videobeschreibung. Geht tatsächlich vom Preis. Ich werde auch übrigens für nichts gesponsert oder so. Also auf jeden Fall, der Preis dafür ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Und das ist auch so das, wenn man wirklich auf jeden einzelnen Cent, auf jeden einzelnen Euro achten will und wirklich nicht mehr ausgeben will, dann kann man sich den kaufen. Allerdings würde ich, sobald es geht, tatsächlich einfach auf den Ryzen 5 3600 upgraden, weil man damit wirklich um einiges mehr FPS bekommt und der nicht mal so viel teurer ist. Weiter darüber muss dann eigentlich gar nicht gehen. Es sei denn, man hat eine 2080 Ti und hat so oder so Geld ohne Ende. Dann kann man auch irgendeine Intel CPU nehmen. Aber das sind eigentlich für die meisten Leute die CPUs, die am empfehlenswertesten sind. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, würde ich am ehesten versuchen, wirklich den Prozess hier zu nehmen, da man einfach für das Geld deutlich mehr FPS bekommt. Und dann gehen wir mal über die ganzen Grafikkarten rüber. Dort haben wir einmal als Einsteiger Grafikkarte, worunter ich wirklich nicht gehen würde, die GeForce GTX 1660 Super, hat leider nur 6 GB Videospeicher für Fortnite, reicht das allerdings ganz gut aus. Das Problem ist, darunter gibt es zum einen von AMD nur schlechte Grafikkarten und von Nvidia gibt es eben halt nur Grafikkarten mit 4 GB Videospeicher und das ist ganz einfach zu wenig. Deshalb, das wäre eigentlich das niedrigste, was man nehmen sollte und ist eben halt gar nicht mal so günstig. Aber hat auf jeden Fall eine ganz gute Leistung. Davon sollte man auf jeden Fall ganz gut FPS mehr bekommen. Allerdings müsst ihr darauf auch achten, wenn gerade eure FPS so vielleicht noch gerade mithalten kann und ihr dann Grafikkarten-Upgrade ausführt, dann kann es natürlich sein, dass die neue Grafikkarte hingegen das CPU-Limit komplett ausreizt und dass ihr dann einfach nicht die ganze Leistung der Grafikkarte bekommt. Also wenn ihr seht, dass eure CPU und Grafikkarte ganz am Limit laufen, dann solltet ihr eventuell überlegen, ob ihr gleichzeitig auf einen neuen Prozessor upgradet und dann eben halt auch auf eine neue Grafikkarte, weil ihr sonst am Ende auch etwas enttäuscht sein werdet über die neue Leistung, die ihr dadurch bekommt. Und wäre ja schade, wenn man zu viel Geld für nichts ausgebt und das wäre auf jeden Fall das günstigste. Allerdings auch hier, wenn ihr ein bisschen mehr Geld habt, dann würde ich auf jeden Fall auf die RX 5700 von AMD upgraden. Übrigens die Custom-Modelle, die ich euch jetzt zeige, die sind auch alle ganz gut, also könnt ihr auf jeden Fall nehmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr da natürlich auch noch andere Custom-Modelle nehmen. Was Custom-Modelle sind, ist ganz einfach, dass im Prinzip der Hersteller entweder eben halt AMD oder Nvidia nur den Chip herstellt, die die Rechenleistung erbringt. Allerdings gibt es dann immer ganz viele verschiedene Hersteller, die dann darauf einen Kühler setzen, weil natürlich die ganze Hardware gekühlt werden muss und wenn der Kühler schlecht ist, dann habt ihr auch am Ende nicht die volle Leistung der Grafikkarte. Und deshalb zeige ich euch hier wirklich nur die günstigsten Modelle immer. Also es sind nicht die besten Modelle von den jeweiligen Stufen sozusagen. Allerdings sind es die günstigsten, die trotzdem so ziemlich die maximale Grundleistung ausreizen und deshalb sind die auf jeden Fall ganz gut. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen mehr Geld als das hier habt, dann würde ich auf jeden Fall hierauf upgraden. Das ist übrigens auch der Preisbereich, wo man pro Euro am meisten mehr Leistung bekommt. Also wenn er später ein 100 Euro Upgrade macht von einer 2080 Super auf einer 2080 Ti, dann bekommt er immer deutlich weniger Leistung, als wenn er hier so ein Upgrade macht. Und deshalb lohnt es sich auf jeden Fall auf diese Grafikkarte abzugraden. Wenn ihr noch mal ein bisschen mehr Geld habt, dann würde ich auf diese Grafikkarte hier upgraden, auf die RX 5700 XC wieder von AMD. Hier hat man allerdings eh mal pro Euro nicht mehr ganz so viel mehr Leistung. Dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter zur 2070 Super und hier hat man dann noch mal weniger mehr Leistung pro Euro. Also eigentlich ist sie tatsächlich fast genauso schnell wie die von AMD, nur mit dem Unterschied, dass sie gerade was Videoschnitt, Videoaufnahme und so. Da ist sie auf jeden Fall besser. Also wenn ihr so ein bisschen in YouTube einsteigen wollt, dann würde ich euch die auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, wenn natürlich das Geld überhaupt dazu habt. Ist by the way zur Zeit auch ein bisschen teurer geworden, die Grafikkarte ging vor einem halben Jahr, glaube ich, für so ungefähr 30 Euro weniger tatsächlich weg. Bei AMD hat sich da nichts verändert und weiter darüber würde ich auch nicht gehen. Also ihr könnt natürlich eine 2080 Super oder 2080 Ti kaufen, aber dann braucht ihr wirklich sehr, sehr viel Geld und ich glaube, das kann sich tatsächlich fast gar keiner leisten. Dann gehen wir noch mal zum Thema Arbeitsspeicher und da gibt es eben halt auch eine Einstellung im MSI Afterburner, wie ihr das sehen könnt. Und da müsst ihr einmal eben halt einfach nach RAM aussuchen und dann ist das eben halt diese Zahl da, wo Megabyte eben halt hinter steht und das ist übrigens nicht die, die oben bei der Grafikkarte steht. Das ist etwas anderes. Aber wenn ihr hier seht, dass ihr zum Beispiel einen 8 GB Stick in eurem PC drin habt und dann hier auch 8000 Megabyte steht, dann wird auf jeden Fall euer Spiel deutlich langsam laufen und ich empfehle euch, gerade wenn ihr AMD-CPUs habt, kauft euch auch einfach ein Dual-Channel-Kit, denn damit bekommt ihr einfach extrem viel mehr Leistung. Da wird zum Beispiel das hier sehr empfehlenswert, 3200 MHz, 16 GB, ist vollkommen ausreichend, wird auch die nächsten Jahre definitiv noch ausreichend sein und dafür ist der Preis auch auf jeden Fall vollkommen in Ordnung und so könnt ihr auch noch mal ein bisschen FPS rausholen. Allerdings denke ich mal, dass die meisten tatsächlich schon 16 GB, also 2x8 GB Kit haben sollten, ist mittlerweile eigentlich relativ bekannt und haben auch, wie gesagt, sehr, sehr viele tatsächlich. Dann kommen wir mal zunächst zu den Monitoren, denn was bringt euch das natürlich, wenn ihr 240 FPS Ingame habt, aber nur ein 60 Hertz Monitor habt, dann könnt ihr im Prinzip die FPS ja kaum nutzen und wenn ihr das nachschauen wollt, dann müsst ihr einmal auf euren Desktop gehen und dann einmal rechtsklick darauf machen, dann auf Anzeigeeinstellung, einmal runterscrollen, dann auf erweiterte Anzeigeeinstellung und dann seht ihr hier, wie viel Hertz euer Monitor hat, warum hier 143 Hertz steht, weiß ich nicht, eigentlich müssen es 144 sein, die klassischen Zahlen wären eigentlich 60 Hertz, dann 75 Hertz, manchmal auch 120 Hertz, dann 144 Hertz, 165 Hertz, wenn ihr 144 oder 165 habt, ist das auf jeden Fall vollkommen in Ordnung, genauso wie 240 Hertz, da braucht ihr eigentlich kaum Upgrade, aber wenn ihr beispielsweise nur 60 Hertz oder 75 Hertz habt und dann Ingame beispielsweise dauerhaft durchschnittlich 144 Hertz habt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dort einmal ein Upgrade durchzuführen auf einem besseren Monitor, denn dann wird auf jeden Fall euer Game sich deutlich flüssiger anfühlen und ihr könnt am Ende deutlich mehr Shots treffen, mehr Edits treffen und wird auf jeden Fall einen großen, großen Vorteil geben, deshalb ist das auch immer sehr, sehr gut zu upgraden, da wäre zum Beispiel einmal ein 144 Hertz Monitor, meistens Full HD, also generell, wenn ihr Game wirklich nur zocken wollt, nur Fortnite zocken wollt, dann würde ich auf jeden Fall einen Full HD Monitor nehmen, eben halt zum Beispiel hier den 144 Hertz Monitor, 190 Euro, dafür auf jeden Fall vollkommen in Ordnung, ansonsten, wenn ihr deutlich mehr Geld habt und dann wirklich das Maximale aus einem Monitor im Prinzip, also den besten Monitor holen wollt, und dann könnt ihr so einen hier nehmen, kostet hier zum Beispiel 309 Euro, wird allerdings tatsächlich oder ist zur Zeit noch nicht auf Lager, wird wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen kommen, ist eben halt ein sehr, sehr neuer Monitor, allerdings dafür tatsächlich ein relativ guter Monitor, hat wie gesagt 240 Hertz, sehr, sehr kurze Reaktionszeiten und damit werdet ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut zocken können, ansonsten könnt ihr auch noch ein bisschen mehr Geld ausgeben, allerdings habt ihr hier eigentlich kaum wirklich einen Vorteil davon, also zwischen einem 240 Hertz Monitor für 300 Euro und für 500 Euro ist tatsächlich fast kaum Unterschied, deshalb wäre das eben halt tatsächlich ein sehr, sehr guter Monitor und 300 Euro finde ich, geht tatsächlich auch nur, wenn man auch noch, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel so ein 144 Hertz Monitor 190 Euro kostet, allerdings gerade, wenn ihr eben halt einen 60 Hertz Monitor habt, empfehle ich euch wirklich auf so einen Monitor hier für 190 Euro abzugraden, ihr werdet es auch wirklich extrem merken und by the way, wenn man einmal auf 144 Hertz gespielt hat, dann will man auch nicht mehr zurück, weil es einfach danach einem alles extrem langsam vorkommt, es ist wirklich ein extrem großer Sprung und gibt dem Gameplay, ohne dass man rein trainiert, trotzdem ein bisschen mehr Skill und ist auf jeden Fall sehr, sehr gut dafür und soweit eigentlich die ganzen Tipps, die ich euch geben kann, wie gesagt, alle Links zu den ganzen Sachen sind in der Videobeschreibung, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, wenn ich irgendetwas vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare, dann kann ich das noch nachträglich reinpacken und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, bis dahin, ciao.